Wieso sehr? Hier haben wir hintereinander nicht geslout. Ja, fünfmal ist okay. Was war das? Keine Ahnung was er gedroppt hat. Ich habe es nicht gesehen. Was nochmal? AG Knuckle. Ey, let's go. Mein erster AG Knuckle. Es fehlt mir nur noch Stick und Vant. Dann habe ich alles gedroppt. Einmal. Ich bin mir nicht sicher, ob das Level abreicht. Not sure. Doch, wird wahrscheinlich reichen. Macht euch ready. Oh, oder wobei. Oh, manch. Oh, ne. Oh, lo. Ne, hat doch gereicht. Let's go. Nur 84% Blockrate. Pathetic. Braucht mehr Block. Danke euch. Ich finde aber, man merkt halt wirklich, also ich muss ehrlich zugeben, ich finde, man merkt überhaupt nicht, dass überhaupt nichts P-Event läuft. Also es ging jetzt wahrscheinlich ein bisschen schneller und meine Wahrnehmung ist wahrscheinlich dadurch getrübt, dass ich vorher drei Stunden Giants getötet habe und dann erst angefangen habe zu leveln. Deswegen fühle ich mich jetzt mehr ermattert, als ich wohl eigentlich wäre nach vier Stunden leveln. Aber ich finde trotzdem, man merkt es nicht so wirklich. Let's go, let's go, let's fucking go, let's fucking go, let's fucking go. So. So.